Wie wird die Zurechnungszeit festgelegt, wenn ich im Jahr 2019 eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekomme und im Jahr 2023 dann eine volle Erwerbsminderungsrente bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ganz spannende Frage. Ich beziehe seit 2019 eine teilweise Erwerbsminderungsrente und habe jetzt zum 1. Januar 2023 eine neue volle EM-Rente zugesprochen bekommen. Wie wird da jetzt die Zurechnungszeit berechnet? Es werden für beide Renten jeweils gesondert die Zurechnungszeiten berechnet. Und zwar für die teilweise Erwerbsminderungsrente mit dem Leistungsfall im Jahr 2019 oder vielleicht war der Leistungsfall ja im Jahr 2018, aber der Beginn der Rente war 2019. Dann bekommen Sie die Zurechnungszeit bis zum 65. Lebensjahr und 8 Kalendermonate zugesprochen. Und wenn Sie dann mit einem neuen Leistungsfall im Jahr 2023 dann die volle EM-Rente bekommen, gibt es eine neue Zurechnungszeit und zwar mit dem neuen Leistungsfall. Das weiß ich jetzt hier nicht, weil die Anfrage war sozusagen da nicht ergiebig genug. Und dann auch wiederum mit dem entsprechenden Enddatum in der Zukunft. Sie sehen also zwei unterschiedliche EM-Renten mit zwei unterschiedlichen Leistungsfällen. Und damit berechnet sich auch die Zurechnungszeit für beide EM-Renten nach dem jeweiligen Leistungsfall und nach dem Beginn der Rente. Und nach dem Lebensalter natürlich, was der entsprechende Versicherte zum Zeitpunkt des Leistungsfalls vollendet hat. Also, zwei EM-Renten, zwei Zurechnungszeiten. So könnte man es ganz grob umschreiben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.